Das ist aber ein Problem der Gesellschaft, dass jeder ganz oben mitspielen will, obwohl er sich das nicht leisten kann. Aber die müssen eben dann auf so ein Jobcenter hin und sagen, ich brauche was. Woher soll einer wissen aus dem Jobcenter, ob du was brauchst, ob der was braucht, ob der was braucht. Weil die Leute müssen dann schon nach denen hingehen und sagen, ich brauche dies und dies und dies. Das ist das gleiche mit Hartz IV, wenn sie Geld haben wollen, es geht keiner vom Jobcenter los und fragt ihnen einer, ob er Geld braucht. Wenn du als Unternehmer gearbeitet hast, kennst du dich da genau aus. Weil du weißt, wie ein Arbeiter ist, wie ein Arbeiter reingeht. Kein Arbeiter tut mehr arbeiten, wie er muss. So und genauso ist das bei den Beamten auch. So mehr Arbeit sie wegschieben können, umso mehr können sie wegschieben. So leichter haben sie sie.